Ein neues Urteil des OLG Hamburg erfreut alle Online-Coaches und Online-Kursanbieter. Ich brauchte jetzt diese ganze ZFU-Fernunterrichtsschutzgesetz-Debatte nicht von null auf erklären. Das habe ich schon an anderer Stelle in anderen Beiträgen getan. Aber ganz wichtig, vorausgehend war ein sehr, sehr gravierendes Urteil vom Landgericht Hamburg vom 19.07.2023. Das Landgericht hat mehr oder weniger entschieden, dass diese wichtige Tatbestandsvoraussetzung des Anwendungsbereichs des Fernunterrichtsschutzgesetzes, nämlich in § 1 FernUSG, räumlich getrennt, schon dann erfüllt ist, wenn die Teilnehmenden und der Anbieter des Kurses nicht im gleichen Raum sind. Während die ganzen anderen Gerichte oder fast alle anderen Gerichte und auch die ZFU selber, also die Behörde, davon ausgeht, dass auch eine in Echtzeit stattfindende Videoübertragung, also zum Beispiel ein 1-zu-1-Call oder ein Gruppencall, räumlich nicht getrennt ist, sondern vor Ort ist, sagt eben das Landgericht Hamburg, naja, man muss den Wortlaut räumlich getrennt ja beim Wort nehmen. Der Gesetzgeber hat das halt nun mal so gesagt, also muss man sagen, räumlich getrennt, da geht es um den physischen Ort. Das ist natürlich gravierend, weil viele Online-Coaches und Online-Kursanbieter fallen momentan nicht unter das Fernunterrichtsschutzgesetz, weil sie eben mindestens zur Hälfte nicht räumlich getrennte Inhalte vermitteln, also zum Beispiel Gruppencalls, 1-zu-1-Calls und so weiter. Und nach diesem Landgericht Hamburg-Urteil vom 19.07. wären halt wirklich fast alle Angebote, ja, Gegenstand dieses Fernunterrichtsschutzgesetzes, mit der gravierenden Folge, dass ohne eine ZFU-Zulassung sämtliche Verträge nichtig wären und dann könnte jeder Teilnehmer das Geld einfach zurückfordern. Dieses Urteil hat dann dazu geführt, dass das Landgericht Nürnberg-Fürth im Dezember 2023 sich auf dieses Landgericht Hamburg bezogen hat und ebenso entschieden hat und gesagt hat, ja, wir sehen das ganz genauso wie das Landgericht Hamburg. Nun ging aber der Kläger, also der, der das Geld haben wollte, die Kursgebühr, der vor dem Landgericht Hamburg verloren hatte, ging in Berufung zum OLG Hamburg. Und das OLG Hamburg hat nun entschieden, und zwar zugunsten des Kursanbieters. Und hat entschieden, dass das Geld zu zahlen ist, dass der Vertrag wirksam ist und nicht unter das Fernunterrichtsschutzgesetz fällt. Und wir schauen uns dieses Urteil einfach mal an im Browser. Genau, Medien, Internet und Recht hat das Urteil im Volltext veröffentlicht. Und hier sieht man schon, auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil des Landgericht Hamburg vom 19.07. abgeändert. Genau, der Vollstreckungsbescheid wird aufrechterhalten, zwar in Höhe von 6.009 Euro. Im Übrigen aufgehoben, da weiß ich nicht, um was es sich für weitere Kosten handelt, aber das wird schon die Hauptforderung gewesen sein. Und der Beklagte hat die Kosten zu tragen. Immer wenn der Beklagte die Kosten zu 100% beträgt, kannst du davon ausgehen, dass das hier, also das Übrige, wo der Kläger verliert, weniger als 10% ist. Also da geht es wahrscheinlich nur um irgendeine kleine Nebenforderung wie vielleicht Zinsen oder sowas. So, und wie argumentiert das Gericht? Das Gericht sagt hier zunächst, dass im Rahmen eines Coachings nicht systematisch didaktisch aufbereiteter Lehrstoff vermittelt wird, sondern eine individuelle und persönliche Beratung und Begleitung erfolgt. Darin sieht das Gericht nicht die Vermittlung bestimmten Wissens, sondern in eine im Vordergrund bestehende Coachingleistung. Insofern sagt eben das OLG Hamburg, dass schon deshalb überhaupt kein Fernunterricht stattfindet. Mit der Folge, dass der Anwendungsbereich des Fernunterrichtsschutzgesetzes schon gar nicht eröffnet wird. Auch sollte hier kein Lehrgang durchgeführt werden mit Lehreinheiten, Lehrmaterialien und so weiter, oder die Vertragspartner als Absolventen bezeichnet werden, sondern weiter sagt das Gericht, es ergibt sich aus dem Vortrag der Parteien nicht, also es ist nicht bewiesen, dass eine Überwachung des Lernerfolgs vertraglich geschuldet gewesen wäre. Da waren die Gerichte auch bis jetzt immer sehr, sehr großzügig, haben schon Indizien genügen lassen. Und hier sagt das Gericht eben, eine Überwachung ist nicht vertraglich geschuldet gewesen, ist zwar weit auszulegen mit der Rechtsprechung des BGH, um den Schutz der Lehrgangsteilnehmer zu stärken, aber es wurde hier nicht bewiesen, dass der Beklagte, also der Teilnehmer, das Recht gehabt hätte, eine solche Lernerfolgskontrolle einzufordern. Und ganz wichtig, das Gericht sagt, dass der Überwachung ein Kontrollelement in dem wohnt. Die Gelegenheit des Beklagten, also des Teilnehmers, irgendwann im Rahmen des Coachings Fragen zu stellen, stellt noch keine Überwachung dar. Und das sagt nochmal, der BGH nimmt eine Lernerfolgskontrolle an, wenn der Anbieter überprüft, ob das bisher Erlernte richtig verstanden wurde und sitzt, was aber hier bei dem Coaching so nicht der Fall war. Auch wird der Teilnehmer nicht als Absolvent bezeichnet und auch kein Zertifikat ausgestellt, sodass nicht ein Indiz vorliegt für so eine Lernerfolgskontrolle. Ja, und am Ende sagt das Gericht auch noch, dass der Vertrag nicht zittenwidrig ist nach 138 BGB, dass also Leistung und Gegenleistung nicht in einem auffälligen Missverhältnis zueinander stehen. Leider hat sich das Oberlandesgericht Hamburg nicht zu der ganz wichtigen Frage geäußert, ob jetzt ein in Echtzeit stattfindender Videocall, 1 zu 1 oder Gruppencall, ist egal, als räumlich getrennt oder nicht gilt. Ich bin ja der Meinung, dass es nicht räumlich getrennt ist, so wie übrigens auch das Landgericht München 1 im Urteil vom 12. Februar 2024. Aber trotzdem ist es eine wichtige Entscheidung. Ja, und alle Online-Coaches und Anbieter von Online-Kursen können sich eben freuen, dass das Gericht ihre Angebote schon gar nicht als Fernunterricht betrachtet, weil eben nicht ein ganz spezifisches Wissen wie in einem Lehrgang nach Lehrplan vermittelt wird. Ich hoffe, es freut dich, dieses Urteil, und hinterlass mir gerne einen Kommentar und folge gerne meinem Kanal. Und wenn ich dir da helfen kann bei der Umsetzung oder Prüfung von Fragen rund um das Fernunterrichtsschutzgesetz, stehe ich dir gerne zur Verfügung. Meine Kontaktdaten findest du natürlich in den Shownotes. Danke für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.